Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Unternehmer und seine Führungskräfte eine Trainer- und Beraterbefähigung im Bereich Kommunikation, Management und Verkauf benötigen. Jeder gute Fußballverein hat einen Trainer, der täglich mit der Mannschaft trainiert. In vielen Unternehmen glauben wir, die Leistung dadurch herbringen zu können und schärfen zu können, dass wir Mitarbeiter zwei, drei Tage im Jahr auf ein Seminar, auf eine Schulung entsenden. Das müsste im operativen Geschäft passieren und wir müssten die Leute, die Menschen, die Mitarbeiter, die wir haben, in unserem Bereich dementsprechend fördern und anleiten. Am 12. Oktober 2024 starten wir bei Sonnenholzer Beratung wieder eine Trainer-Ausbildung über vier Wochenenden. Sollten Sie sich für die Ausbildung interessieren, unter www.sonnenholzer.de kriegen Sie weitere Informationen und wenn Sie ein persönliches Gespräch mit mir wollen, senden Sie mir einfach eine E-Mail unter www.sonnenholzer-at-sonnenholzer.de. Ich führe dann gerne mit Ihnen ein ausführliches Gespräch über die Möglichkeiten und Rahmenpunkte dieser Ausbildung. Ich wünsche Ihnen auf Ihrem Weg viel Erfolg und eine gute Performance. Ihr Dieter Sonnenholzer Vielen Dank. Vielen Dank.